Und hier ist es auf jeden Fall schon mal nicht... Und wo war das jetzt? Wir gehen doch als Elbien hier rein, würde ich sagen. Nee, nicht mehr arbeiten. Obwohl, wir brauchen Spidey vielleicht hier drin. So. Erstmal der Takt. Taktik überlegen. Guten Tag! Genau. Nein. Nein! Nein! Okay. Oh. Okay. Ja, nein. Nein, das klingt super. Aber sicher, ich... Ja. Ja, das ist für heute. Wenn das funktioniert, das wäre fantastisch. Ja. Hier oben. Kann ich sagen, auf halber Etage? Wie soll das gehen? Kann ich ja jetzt hier durchgehen? Oh! 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 Das Problem ist, ich krieg hier gerade den Strom nicht von... ...von beiden Seiten. Ich kann das nicht entsperren. Warum kann ich das nicht entsperren? Wenn der Strom von beiden Seiten kam. Vielleicht muss ich erst das machen? Das funktioniert auch nicht. Ich hab jetzt auf den Augen gehalten. Ich muss das einfach auf den Augen öffnen. Die Schltern ist nicht entspannt. Ich kann den St. Wörtern auch nicht gucken. Die Schltern ist großartig. Ich bin ein Eiweißer, ja nicht die Schltern aber auch nicht so. Ich muss mich nicht zumachen. Ich muss mich nicht zumachen. Ich kann mich nicht spättern. Ich kann mich nicht spättern. Ich bin ein Eiweißer. Warum denn neu starten? Warte mal. Dann hört das ja wieder auf. Dann kommt ja hier wieder kein Strom hin. Moment, ich bin grad ein bisschen... ...überfragt. Wir basteln mal ein bisschen. Aber wieso lässt sich das da nicht entsperren? Ihr kriegt doch von zwei Seiten Strom. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, das ist noch nicht entsperrt. Moment. Jetzt müssen wir das noch entsperren. Gut, da kommt jeder Strom wieder nicht hin. Ah. Ja. Wir sind einen Schritt weiter. Auf jeden Fall. Was ist, wenn wir das hier drehen? Nice. Warte, welches musste ich jetzt drehen? Okay. Da ist der Datenserver. Verbinde Bagley und wir kümmern uns darum. Okay, verstanden. Oh, ich hätte oben bleiben sollen. Ich hätte bloß die Spinne runterschmeißen sollen. Schnelles Missions-Update. Aber versprich mir, dass du nicht sauer wirst. Bagley, komm schon. Was ist? Tja, da du mir nichts versprochen hast, kann ich dir keine Details nennen. Nur so viel. Da sind scheiß viele Albion-Schläger unterwegs zu dir. Du kannst es dir leicht machen, oder? Oh! Oh, ich bin unbeschüttet. Ich brauche mich. Gib schon auf, ja. Die dürfen nur nicht hinter mir stehen. Oh! Das reicht. Ich bin nur trafisch, doch. Solange die nicht hinter mir stehen... Oh! Hat die so zwischen die Beine gefasst? Oh! Erledigt. Heilige Scheiße. Ich bin echt froh, dass wir auf derselben Seite stehen. Sehr gut gemacht und jetzt weg hier. Wir klingeln durch, wenn wir etwas haben. Jetzt weg hier. Wo denn hin? Wo denn hin? Komme ich hier wieder hoch? Nee, ne? Scheiße. Entschuldigung, dass ich gerade übrigens Scheiße gesagt habe. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Hier kommen ja jetzt aber immer mehr. What should I do? Gnad nach! Was mache ich jetzt? Hier kommen ja jetzt immer mehr und mehr und mehr. Muss ich einfach rennen? Die Verdächtigen! Das ist ein Albtraum. Aber jetzt hier komme ich nicht rüber, oder? Dass ich hier wieder obendrauf lang gehen könnte. Ich kann dort hinten hoch. Ja, da komme ich auch nicht mehr. Schießt das jetzt auf mich? Ich bin ja eigentlich von Albion. Ich hoffe, ich komme hier raus. Ja, ich habe jetzt auch geflucht. I know. Aber es kam so über mich. Sieh dir das an. Dein Plan hat funktioniert. In Emma Childs Organisation brummt es lauter als in einem Wespennest. Das ging echt schnell. Eventuell habe ich allen in Childs innerem Kreis Aufnahmen von deiner kleinen MI6-Aktion geschickt, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Ist das sicher für uns? Nein, nicht so richtig. Aber du bist eine gewalttätige Rebellin, die in einer bunten Maske rumrennt, Söldner vermöbelt, geheime Informationen stiehlt und durch Straßencafés fährt. Definiere sicher. Da hast du wohl recht. Okay, und jetzt? Eine kleine Gruppe trifft sich mit Emma Child in einem Parkhaus. Sie haben die Überwachungskameras abgeschaltet. Aber wenn du mich mit dem CTOS-Hub des Gebäudes verbindest, kann ich sie wieder einschalten, weil ich nämlich clever bin. Dann fangen wir dort mal an, oder? Ein bisschen Boot fahren. Haben wir noch gar nicht gemacht. Es ist immer so aufregend, dieses Entkommen aus dem Gebiet. Da kann halt immer noch so viel schief gehen. Ich kann Sirene anmachen. Na, da ist ein Steg. Aber da stehen schon... Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ups. Ja, das Wetter ist typisch Englisch. Ich muss aber sagen, bisher hatten wir eigentlich immer gutes Wetter im Spiel. Wohin hat es ein bisschen geregnet? Jetzt? So. So. Ist das jetzt die dritte oder vierte Mission in dem Kapitel? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir gut vorankommen. Das freut mich. Ich habe den Überblick verloren. Ja, ich auch. Man sieht es halt auch leider nicht in der Missionsübersicht. Man kann sich nicht anzeigen lassen, wie viele Missionen man schon hat, oder? Nee. Das ist immer schade. Ich mag das, wenn ich immer noch mal gucken kann, wie viele Missionen ich schon abgeschlossen habe. Aber das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit diesem Listenmenschen zusammen. Man will halt immer einfach sehen, wie weit und so. Und man will das dann abhaken können und verfolgen können, wie weit noch, wie lang noch, wohin noch. Nein. 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 Ich gehe nicht in der Fall. Nein. Hier rein. Hä? Werde ich hier drin etwas finden? Nichts. Erkrankst, was doch eigentlich nicht geschafft ist. Und die Fall ist Abstand geschockt. Zur Erinnerung. Das ist das Parkhaus, in dem sich Emma Child mit ihrem innersten Kreis trifft. Malik bittet darum, dass du erst sicherstellst, dass sie wirklich hinter Zero Day steckt, bevor wir etwas unternehmen. Also versucht, das Kamerasystem zu hacken, damit wir was von dem Meeting sehen. Wo war jetzt der Schlüssel hier? Ah, ich komme nicht ran mit der Kamera. Ah, ich komme nicht an den Schlüssel. Ah, ich komme nicht an den Schlüssel. Warte mal, wenn ich jetzt wieder hierin gehe. Okay. Dann so rum. Okay. Guck erstmal, was ich hier noch für Fallen vielleicht scharf machen kann. Okay, die laufen wir auch nicht in die Fallen. Oh, das ist ja... Das ist falsch. Wie kommen wir jetzt hier hoch am besten? Ja, hier will ich das Auto. Wir könnten halt wieder als Albion-Mitarbeiter hier hochgehen, aber es sind so viele... So, wenn der jetzt dort noch in die Falle läuft, der hat richtig nice... Das ist ja auch noch mal... Oh, das ist sozusagen... Oh, das ist ja nicht so... da unten ist ja auch noch mehr das ist auch eine falle die man scharf machen könnte also dort kommen wir auf jeden fall wir haben jetzt bloß noch das problem der einen drohne und diese noch zwei ich weiß nicht ob der dazu gehört ja den hier haben wir noch ihr geht mal suchen kommen von da hinten hoch wir müssen mir erst mit einer drohne eine etage höher aber das sehen die doch dann oder ab wir haben gar keine drohne sind ja elbion ja schön markiert ich weiß nicht ob es so clever ist als elbion jetzt hier hoch zu gehen wir probieren es sieht aus wie der malik haben wir unseren haben wir unser body umgebracht versammlungen über fünf menschen werden aufgelöst wo ist jetzt die drohne sieht ein bisschen so aus ich weiß nicht ob das gut geht mit ihr oh mein gott was ist denn hier passiert wir müssen sie schnappen oh mein gott ein massaker was ist hier passiert das war der schlüssel erst mal die server checken nicht dass die betroffen sind ich kann nicht die kamera wechseln ist das richtig muss das so ich weiß nicht ob das jetzt so muss ich kann hier nichts machen gerade ich glaube nicht dass das richtig ist oder aber das ist ich komme hier auch nicht raus ich glaube das ist gerade buggy oder weil ich kann hier nichts machen außer rein und raus zu aber ich kann auch mit escape nicht raus wir können nur zuhören wenn wir in der kamera sind ich habe mal raus aus dem spiel ich habe mal neu ich glaube das buggy das wir bestimmt alles noch mal machen jetzt Ja? Wir machen alles nochmal. Kommen wir hier lang? Mal gucken, ob jetzt oben alle wieder leben. Zur Erinnerung, das ist das Parkhaus, in dem sich Emma Child mit ihrem innersten Kreis trifft. Malik, bitte darum, dass du erst sicherstellst, dass sie wirklich hinter Zero Day steckt, bevor wir etwas unternehmen. Also versuch das Kamerasystem zu hacken, damit wir was von dem Meeting sehen. Hallo Teron, schönen guten Nachmittag. Ja, bisher lief es eigentlich besser. Bloß die Mission war gerade buggy. Irgendwie musste ich die jetzt gerade neu starten. Bisschen seltsam. Sucht alles ab! Hinter jeder Tür und in jedem Winkel! Los! Brune, Suchprotokoll starten! Brune, alles! Wagi-Missionen nervten. Ja, das war halt echt ein bisschen blöd. Weil ich das hier, was ich gerade gemacht habe, eigentlich schon geschafft habe. Aber diese Szene, die ich dann quasi belauschen sollte, ich konnte dort nichts... Also ich konnte die Kamera nicht wechseln. Ja, ich bin dort nicht weitergekommen. Und konnte aber auch mit Escape nicht aus der Szene raus. Das war blöd. Das lief halt jetzt nicht so gut wie gerade eben. Jetzt leben noch so viele. Das war gerade besser in dem anderen Versuch. Und wie viele Drohnen jetzt hier oben sind! Und wie viele Drohnen jetzt hier oben sind! Drohnen! Sektor durchsuchen! Bestätigt! Durchsuchen das Gebiet! Die Person weiterhin unaufwendbar! Vielleicht wollte das Spiel, dass du alte 4 drückst. Ich konnte zum Glück raus tappen und dann war ich im... Weg! Halte die Augen offen! Ich konnte halt raus tappen und dann war ich zum Glück im... im Pausenmenü. Ähm... Das lief doof jetzt. Das lief gerade so gut! Aber wir haben jetzt hier noch zwei Sniper, die mich suchen. Und die ganzen Drohnen. Ich glaube, das wird nicht so gut jetzt. Sniper müde? Was ist hier passiert? Das ist verrückt, Mann! Völlig verrückt! Ich weiß nicht, wer muss ich als nächstes holen. Okay, wir probieren's. Hm. Wieso? Ich wollte grad sagen, warum geht die denn jetzt hier nicht mehr hoch? Ist jetzt alles kaputt? Ich bin zur Unterstützung da! Keine Panik! Guck mir das an! Hier liegt ja auch noch ein Text. Den können wir auch wieder nicht mitnehmen. 15. September! Vorgestern! Haben die einfach die Zeche geprallt! Und... ... ...